nein wir nehmen jetzt auf hallo herzlich willkommen zurück zu einem neuen part von voll für die katz mit fair macht du halt seine mitspieler begrüßt hat ich glaube das alles nur eben schon zusammen aufgenommen ich will begrüßt werden nur die lieblings hallo kathos gleich einfach mal ich habe eine lieblingswache ich habe eine lieblingswache lieblingswache ok ich hab sie mal wieder nein ach so ich bin so ein bisschen hat meine aufnahme sehen es war richtig geil ich war eigentlich gerade auf der anderen seite und ich wurde ja keine ahnung okay ja das ist mein werbung ich habe gerade noch zwei suchtbombs gefunden ja ich will jetzt die krasseste marke aller zeiten nennen aber sie ist nicht so krass wir waren nicht die telefonität braucht man macht keinen scheiß da ich sag's nur ich treffe wahrscheinlich nicht aber ich darf ich darf die gegend nicht verstehen okay dann den blitz schlecht recht ähnlich aber der ist hoch verdammt noch weggemusst sie macht doch nur das loch zu es könnte ein bisschen in die hose gehen weil ich hier mit einem schwarzen loch stehe aber das geht richtig in die hose ich bin hier raus ich bin hier raus da oben ist ein teleport so ich bin hier weg ich komme jetzt direkt da unten ins loch kreitos schießt sich selber ab mit dieser anti maids ein schuss jetzt bin ich extra vorne weg leck mich doch am arsch ja nicht heute ist gut dies gut ist gerade das was du das guck habe ich nicht schön dass die kaitos zu kreppeln ich hab 6 damage gemacht was ist ja 50 gemacht ja du hast mich getroffen proxy da war noch ne disco kugel disco disco mehr schaden gemacht als ihr beide ja du hast ja auch zwei ziele gehabt wenn foxy kaitos noch schaden gemacht hätte ich treffe jetzt kaitos aber foxy ist ja eh so der richtige anti-made wenn ihr wissen wollt warum ich das sage schaut den letzten part was machst du denn da unten was soll denn das was hast du jetzt gesagt ja die hat dich angezündet ich will darüber ich will damit schießen verdammt ich habe eine ak-47 und eine m4 bekommen wow ich komme da nicht rüber wie ein teleport ich habe ein jetpack noch dazu bekommen ja aber damit kommst du nicht weit genug scheiße ich weiß halt nicht mal wie ich das scheiße 5 4 scheiße und dann sind sie da nicht wegschießen doch in der luft einfach noch gedrückt ich habe dich nicht gekrittet kaitos ich komme eh nicht bis zu mann hier so dafür muss das loch erstmal aufgefüllt werden ich versuche mal die gears zu holen wenn sie dann noch da sind ach ja scheiße aber wann willst du die gears holen ja da ist es meins ist aus dem spiel raus gehüpft das ist live und wann kommen sie wieselweiter vor so mit lieben grüßen von molly mollenstein oh ihr kaitos fische für die guppies nee foxy das auf mich gemacht keine sorge ja nee ich habe keinen kacka 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 ich habe kacka gewalt ich habe kacka gemacht kacka ich werde die akka niemals einsetzen können ich werde schon ob sie als kacka gemacht nice vielleicht doch ja das habe ich gesagt was tatname toll da komme ich nicht durch ich habe kacka gemacht dann so ein bild das so aussieht als ob ich drücken würde ja schön auch ein bild auf der toilette egal ich fotografiere sonst oder halt eine zeichnung das war sehr fancy dann so ja so eine zeichnung das war schon sehr stilvoll oder ja ja das ist sehr nett mein auge ach dein auge ach dein auge ok was war das denn ich finde es auch ziemlich nett dass du mich fokust weißt du was ich habe keinen noch mehr hier ich gehe wieder ich habe gerade mit den tödlichen fallen nicht getroffen du bist ja richtig weit gekommen foxy ja hi stalker dafür darfst du dir das paket holen ich wollte den teleport haben ich muss da irgendwie rüber zu vanny du brauchst Sichtlinie du brauchst Sichtlinie geil das mach mal die Bergkette dir weg hast du Mondes wie gesagt du glaubst auch ja leider nicht Kiel Baza Kiel Baza keine ahnung was das ist aber Wanny aber Wanny hat auch gestern darf ich das bei irgendjemandem ausprobieren dann ja hau raus Wanny hat auch gestern eine Mega Nuke bekommen also ja he 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 weil ich das in der Tat ich will was schneller mache ich will hier Kiel Baza ausprobieren nicht einbuddeln oh ich hasse euch Entschuldigung ich hab n Feuer gemacht das waren meine Minions Sanzer hat gesagt er möchte ok das war interessant aus in der Tat ja man wo ist meine AK-47 ja das war ordentlich die erste stufe davon die wird natürlich nicht so viel schaden machen ich bin zu schlecht gerade ich ende jetzt die schossbahn also gleich ist das nicht mehr so niedrig ja was würde ich jetzt tun für ein erdmeerbarmeladen ich weiß ich hab doch gewahnt dass ich das tue ich will schaden drücken ja ja ich will meine ich habe die falsche waffe geschaffen beide waffen noch rausgekriegt ich hab die meisten punkte kaltest schüttet ich habe jetzt auch bin ja geil kaltes bin ja das können wir jetzt nur kaltes über pinata spielen jetzt habe ich schweren rücken rolle ja ihn hat er eine pin hat aber ich glaube ich hätte morgen schönes brot kaufen und hat da oder hat er nicht mal kurz zu den clan rein keine neue anfrage und lustig dass meine schwester mich jetzt auch mit kreik das anschreibt ich bin am arsch der welt leute alter was ist das für eine kack map vergrößer an molly der ehemann wieder nicht guckt hallo 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 molly hallo molly bei mir sieht das aus als würde kaltes im boden drinstehen ja das fühlt sich auch hier an so bevor ich euch abschieße muss ich einmal kurz jetzt Donald Trump zitieren we have to build a wall a big big wall ok so bin ich jetzt wenigstens ein bisschen sicherer du musst ihn hören du 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 genau das ja die mauer muss weg die mauer muss weg hallo ich habe die mauer mitgemacht ja das war ja gar nicht mehr der honecker das war ja schon der nachfolger ja geschichte mit eigentlich wird ja ich weiter schließen muss ich beide treffen aber dann gehe ich hier mit ihm die Dieti die 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 di die die gebait bitte den berg noch ein bisschen weiter Brock ich finde ihn ich geboren ja nicht oder mich ein bisschen höher das geht auch weil er das lett ich mir damit jetzt auf das ist egal was noch auf das machen wir jetzt anders aha okay guck doch noch mal runter macht also wenn ich damit jetzt der foxy ziele betrifft du wahrscheinlich vermutlich das wird vermutlich nicht wenig schaden machen ich bin nicht der teammate ich bin nicht auch nicht tut mir leid aber ich habe als erstes eingerostet ich höre dann so schon leicht quittten ach ihr habt ja ist meine arme und bisschen schon mein hab jeder ich hätte gerade so schön die schussbahn von vanni ne eben ich hab sie immer noch dann stehst du gerade direkt in mein mir doch egal mir ist auch egal wenn ich dich jetzt treibe ja auch ich kriege ja kein schaden mit dem krummen geballert kriege ich zwölf schaden ist halt echt traurig dankeschön das war gemein dann sie geht nur noch auf die items aussieht ja der will jetzt noch mal bogen bekommen ich habe eine neue m4 bekommen ja komm, ja komm, ja komm okay, okay, alles geht die muss halt die shotgun ran die kann ich auch drücken als ob ok ich gehe im nächsten zug nicht explizit auf dich 40 schaden dann kann ich ja gar nicht machen der macht doch ich habe mein versprechen gehalten beim nächsten zug mache ich auch kann natürlich sein dass du trotzdem getroffen wirst doch kann ich tatsächlich nicht nicht bei der waffe biete biete lasst ein double damage da sein wenn ich schieße da habe ich was ich erst freigespielt habe ich glaube es fliegt zu weit glaubst du was macht dich so sicher ok ok also es macht eigentlich 50 schaden aber ich hab die doppel der mensch hat gab wenn ich jetzt beide gekrittet hätte werde ich glaube ich beide tod als ob ist auch mein gedanke du hast gerade nicht einen von den feuerberg abbekommen wo es auch glaube ich so sieben stück jetzt geht es los jetzt fängt er fängt auch an ich fühle ihn der ist stark den hat könnt ihr obst gerne für euch behalten die kann ja auch nicht aber warum schießt du die auf wani sie ist nicht weit genug geflogen schade wie viel leben habe ich auch gar nicht mehr so fünfhundertsechste sich nicht mehr so viel leben oh ich hab das ding sogar getroffen für 20 schaden ist doch ein witz ok mal gucken was das ist als ob come on ey scheißspiel so dann so jetzt 90 grad winkel nach oben aber auch bitteschön als ob hier keine guten waffen mehr das ist gute waffen das klang jetzt ein bisschen hochnäsig muss ich sagen was ist das ich habe auch tatsächlich so gelacht wenn du dich jetzt selbst umgebracht hat das kalt aus ja das dachte ich mir auch ein bisschen verschont du mich noch mal voxie wenn du glück hast wenn du auf mich schießt nicht ach lol dieses kleeblatt einfach jetzt kann sie voxie wach nie schaden mit dem scheiß kleeblatt habe ich schaden gemacht nie ich muss nur noch dreimal so viel schaden machen wie er mir treffen wir eh nicht ich wollte den pingermann kill gönnen den pingermann nein ist hier dankeschön so können wir dann hier das hier wenn zwei ich habe keinen schluck auf nein ich doch nicht zwar auf und rüstung zu regenerieren tut mir leid das geht nicht schlange ist so eine dreckswaffe die wollte ich nehmen auch eine sondern eine pütern aber egal du triffst wenigstens so 20 was ist denn das für eine kacke oh oh ja 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 neiiin das ist so unglaublich die waffe habe ich gerade aus dem paket bekommen ich weiß du triffst halt mit allem macht mit allem 10 millionen schaden und mit allem wo ich schaden machen würde es geht daneben gekrittelt hast du mich tatsächlich gar nicht so häufig aber das war das war keine lustige runde das finde ich nicht in ordnung du musst noch eine machen noch ein ja in diesem part okay weil noch ein paar mal immer ja nicht auf jetzt glaube ich so bitte lass mich nicht dir genau sein ich möchte nicht mehr der genau sein ihr dürft mich jetzt auch gerne fokussen ich glaube ich habe so ein bisschen chance ein bisschen meine wachen zu leveln okay also kaltes zuerst töten ich bin jetzt fast bei jeder runde als erst gestalt ist gut alles gut das ist gut kein stress jetzt kommt wieder meine lieblingswaffe die blasenschwäche ja ey meine schussbar ja meine auch was ist denn das für eine scheiße hier finde ich gut durch das blaue portal das ist aus den orangen rauskommt auf mich wow nice ey geh ja weg Junge ja holy shit wie viel damage das gemacht hat ich wusste ja gar nicht dass sie mal für so viel schaden macht ja die macht random schaden tatsächlich ja die macht random schaden tatsächlich muss ja schaden machen sonst wäre ja scheiße holy shit alter immer auf die kleinen aber spürst es und immer reingest du singst aber und bis jetzt bin ich immer noch wie jüngst da will ich jetzt bin ich decPP ich diesen wenn ich sagte so wie sieben die euren brennen überhaupt schalten wir mal ich hätte diesen flugzeug eingestürzt dann so eingestürzt du gangster oha seit wann habe ich die dies habe ich zum ersten mal okay ich glaube ich habe die runde bisher mehr schaden noch als alle anderen runden zusammen das kann gut sein ich sag dann schon mal bye bye so wir hatten überhaupt den meisten schaden ist jetzt okay dann kathos das spiel jetzt kommentieren nicht da schießt dann den blitz oder sieht gut aus trinken nein keine milch aber ein ganz schaden gemacht ich fühle mich richtig krass jetzt ich hoffe ich bin der einzige der kraft verstanden ich habe jetzt schaden das nehmen wir doch gerne danke foxy für diese tue waffe ich bin unschuldig alter wie viel wie viel rüstung hat sich war die da gerade gesnackt ja dann unternehmen wir uns der geräumt richtig ganze zeit an das ist voll nicht nett findest du auch völlig anzuschießen nein okay auch schade dass er dich jetzt nicht getroffen hat findest voll nicht nett das ding ist komplett voll nicht angreifend ist okay ist okay jetzt kriegt den double damage sniper an den kopf die spinne war nein das war zwei hits das war noch wenig schaden tatsächlich was macht das ah das ist das bootanfall ist das ist auch ein bisschen lotto spielen kommt am besten auf einer geraden map oh schade das war knapp schade eins hat gekrietet aber dansa hat den krit noch nicht vollgeskillt ne ah ah merkt man du machst nämlich noch nicht doppelten schaden wenn du kritest wen du vollgeskillt hast krietest du mit doppeltem schaden mit doppeltem schaden mit doppeltem schaden da bleibt eine lücke das ist ungeil da komme ich trotzdem rüber ich habe mich darüber ja mann aber nicht weit genug na kaltos wie geht's ja war es gut soweit ne das freut mich ja warum schneicht mal sehen ob man den dann in der aufnahme hört speist mit bergen nach mir komm wanni das schaffst du noch du jetzt das schaffst du noch ich glaub an dich das schaffst du noch ich glaub an dich meine musik da komm ich doch wieder nicht rüber ich hab nur nicht getroffen ach lord of the weed war so schön ach komm, no risk no fun da ist zu weit doch nicht zu weit ja und es hat noch nicht mal richtig getroffen okay danse gewinnt, glaube ich, leider danse könnte das video jetzt auf unglaublich in die länge ziehen und einfach immer neben dran schießen das könnte er in der tat ja fast das wäre so schön gewesen mit doppelter pirouette wenn ich sogar was reingeschnitten vielleicht war es ja trotzdem aber ich glaube ich denke das ist schon echt scheiße kein wunder dass ich nicht mehr dran komme habe ich auch schon gewundert warum ich nicht mehr auf fire klicken kann ich hatte schon sechs wochen meine komische waffe ausgerüstet die gier nach dem gier das ist was wert ein teleport aber ich wollte hoch nicht runter ich möchte noch kathos waffen haben das gibt es nicht willst du den mist wirklich haben ja du musst wissen was du da hast das ist das ist gemein das ist auf das erste kurz lachen oder was meinst du das war jetzt nicht so meine intention level up ich habe die spider unlocked ja gg die spinne ich werde schon mal hier lieben und mal noch den daily win bonus im video machen ja man so und na 3 besser als 0 ich muss doch kurz upgraden mein mein krippmultiplikator erhöhen gucken wir auch mal kurz was wir denn so schön viel bekommen und dann ich will auch gar nicht mehr voll auf also ich hab 10 bekommen gib mir die 100 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 3 ja aber ich hätte gern die 100 gehabt wir machen jetzt mal kurz das spiel auf portugais brasil mach das ich bin raus vielen Dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal Tschüss und tschüss und tschüss. Okay, dankbar. Und der Rest. Tschüssi. Auch hier möchte ich anmerken, dass ich gerade versucht habe, mit der Maus, die ich im OBS sehe, auf Aufnahme stoppen zu gehen. Hat irgendwie nicht so funktioniert. Tschüssi Leute. Kathos, wenn ich abmoderiere, sollst du danach keine ewig langen Geschichten mehr erzählen, sondern einfach nur noch Tschüss sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es.